Rollerfahrendes Volkanwesen Wer fahrt ihr denn? Ich fahr Simson Lampretta und Vespa Simson gut Cool Simson Wer fährt Lampretta? Das nächste Stück ist für einen Simson-Fahrer Glauben kein Wort Vergiss Vespa, die brauchen 7 Liter Sprit, wenn die schnell sind Äh, die sind Kacke Heutzutage fährt man sogar nicht mehr Wer fährt Lampretta? Das ist Oldschool, aber nicht Vespa So, dann ist es schön Jetzt noch mal den DJ verärgert Aber danach geht er trotzdem noch weiter, glaube ich Mit so ein paar Platten auf Legat Vor allen Dingen noch aus Duisburg Cool, komm mal Klari Jungs 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020